Darf ich mal ganz bescheiden fragen, mit wem hab ich eigentlich das Vergnügen? Axel Springer. Ich bin Rudolf Augstein. Wir haben jetzt 8 Millionen Leser und bis zu 260 Millionen Visits. Was? Visits? Wo wart ihr denn die letzten Jahre? Verreist, ja? Morbid oder wo? Und so entsteht ein Ideenpanorama. Sie nehmen Geld für all das hier, auch wenn man buchstäblich nichts in der Hand hat. Das hat mit unserer Arbeitswelt nichts mehr zu tun, Axel. Internet, Internet, Internet. Heute eine Selbstverständlichkeit. Und Bücher? Wichtig ist das Verschwinden des Materiellen. Das Verschwinden des Materiellen. Das muss ich mir merken.